Inzwischen ist das kleine Bächlein zu einem ansehnlichen Fluss gewachsen. Und hier im unteren Filztal entstehen ganz heiße Klänge von den Sideco Playboys. Großartig. Und das hier an der Filz, ist die sowas wie euer Mississippi? Auf jeden Fall. Hier sind wir aufgewachsen, einige sind hinzugezogen. Wir fühlen uns hier wohl. Ihr spielt Sideco. Wie kamt ihr da drauf? Das ist ein Musikstil aus den Südstaaten, basierend auf Waschbrett und Akkordeon. In der Band natürlich mit allem, was noch dazugehört. E-Gitarre und so weiter. Und wir sind da draufgekommen. Akkordeon ist mein Instrument. Und ich komme aber auch eher vom Rock'n'Roll. Und wenn man dann 15, 16 ist, dann wird es schwierig mit dem Akkordeon. Und dann habe ich Gott sei Dank diese Musik entdeckt und seitdem Feuer und Flamme. Südstaaten-Stilecht ist übrigens auch das Haus, das Sie gleich sehen werden. Aber das steht nicht etwa in Tennessee oder Louisiana, sondern direkt hier um die Ecke im Filztal. Südstaaten-Stilecht ist übrigens auch das Haus, das Sie gleich sehen werden. Südstaaten-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile-Stile- Untertitelung. BR 2018 Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!